Und ich sag welcome zurück nach YouTube. Ich wollte eigentlich nochmal pinkeln, jetzt sind wir aber schon bei der Truppverlegung von der Position, wo der letzte YouTube-Part aufhört. Und wir sind im Livestream mit den ganzen anderen Leuten, weil mir jetzt die Aliens so ein bisschen auf die Eier gingen. Um nichts zu verpassen, folgt mir auf Twitch oder auf YouTube, wurde sogar im Chat gerade geschrieben. Dankeschön. Und schön, dass heute so viele Leute da sind, die sich auch für das Alien-Franchise interessieren. Und es darf davon ruhig 1000 Spiele geben. Ich versuche jetzt so viele Missionen noch abzuschießen, wie geht, bevor ich wieder zurück zur Protago gehe. Das ist schlecht, dass wir ein Hinterhalt sein. Es gibt nämlich Hinterhalt-Aliens, die hocken im Lüftungsschacht und warten darauf, dass jemand vorbeiläuft. Deshalb wir sollten durch die andere Seite rein, in das Gebäude. Und jetzt bitte level. Double time. Hurry up squad. Come on team. Weiter geht's! Veterinärklinik. Double time! Squad Leader hier. Das Signal kommt von behinder dieser Bulkhead-Door. Sieht aus wie eine Dekontamination-Chamber. Du solltest es können. Es sollte ein Terminal neben der Entrance sein. Ach guck mal, wir können auch Naproliv verabreichen und dann können wir die Stressstufe reduzieren. Für einzelne Marines um 100. Komm schon Team! Geh auf! Jetzt zeige ich mich auch ab und zu wieder. Im Stream habe ich die Kameragrenzeit ausgehabt. Wollen sich aufs Klo. Hat sich erledigt, weil wir uns bewegt haben. Und dann direkt die Aufnahme gestartet. Prozess beginnt. Prozessin. 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 Dekontamination haltet. Was da? Das ist genug genug. Wer bist du? USCM, ma'am. Wir reagieren zu Sheriff Seuss's distress call. Good news. Ich könnte ein paar davon benutzen. Dekontamination prozessin. 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 Dekontamination complete. Double time! Name's McNeil. I'm a veterinarian around here. Shut myself in here when everything went to hell. Problem is, when you do that, it's kinda hard to get back out again. Guess I wasn't thinking straight. You know the situation? Uh, not much. Sousa recovered a weird corpse next to the slaughterhouse. I've never seen anything like it myself. But then I look after herd animals and stitch up the occasional wound in someone who should know better. I'm not a xenobiologist. Or a fighter. Before she left, Sousa insisted I keep this. Said it was automated, but I never managed to set it up. Alright, Marines. Grab that sentry gun and get the vet out of here. She ain't a medic, but I'm sure Bookard will appreciate the help. Move on! Let's see what's inside. Hm, sehr schön. Roger. Hey, I found something. Looks like a data pad. Nimm mal ein bisschen Drogen. Let's see what's inside. Wer nicht verletzt währt, da kommen nämlich richtig schön. Ähm. Wait. Hold on Squad. I think company's coming. Ach komm. I see nothing on your trackers. Anyway. I guess you could always put those sentry guns to good use. You're learning fast, Administrator. Place that gun, Marines. Alright, we're all set. They're coming. Give those Bugs a warm welcome, Marines. Open that door. Sentry activated. Sogar mit dem typischen 250-Counter. Double time! Oh, man. 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 Let's see what's in there. Decontamination Process engaged. Processing. Processing. Decontamination complete. So, noch ne Sache. Wir koennen Leuchtfackeln schleudern, um unsere Trebssicherheit zu erhohen. In dem Areal. Alter, jetzt kommen wir doch ganz schön gut was auf uns zu. Nee, müsst ihr so töten. Oh mein Gott. Entführen diese Plätschen etwa Menschen? Ach schön, du kannst automatisch Geschütze übrigens auch wieder aufsammeln. So was wäre denn als nächstes hier in der Nähe? Ja, dann gehen wir zurück in den ersten Stock. Wer mit in den Lüftung schafft will, kann sich freiwillig melden. Er ist so ein dreckiger Planet. So, wieder im Materiallager. Ja, ich weiß, dass der da ist. Ich darf nicht nochmal sagen, da ist ein Bugplanet, das habe ich schon in YouTube-Videos gesagt. Wo darf ich hier nicht wieder hoch? Das ist jetzt ein bisschen erschreckend. Dann gehen wir mal oben lang. Hier verschweiß ich nicht. Ich habe etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Datapad. Von Deputy Brockman Ginsberg an Sheriff Kaya Sausen. Ich habe bei dem Hamilton vorbeigeschaut, wie du gesagt hast, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Stella sagt, dass ihr Mann nicht mehr nach Hause gekommen ist, seit er die alte Stromtransferanlage am Rand der Felder reparieren wollte. Aber sie ist nicht gerade voll bei Verstand. Sie meinte, dass irgendwas in den Wänden ihres Hauses rumkriecht. Ich habe ihr geantwortet, dass das wahrscheinlich Ratten sind. Aber da hat sie mich mit völlig wahnsinnigen Augen angestarrt. Ich dachte schon, sie will mir an die Gurgel, aber dann hat sie sich wieder beruhigt. Ich könnte mir vorstellen, dass der gute alte Michael sie einfach nicht mehr aushalten konnte und woanders sein Glück sucht. Aber ich werde mich mal bei der Transfereinlage umsehen. Es kann ja nicht schaden. Das waren wir aus Logbros der medizinischen Abteilung. Die letzten Tage waren ziemlich merkwürdig. Es gibt eine Menge Aufregung im Dorf. Irgendwas scheint die Leute zu beunruhigen. Ich habe auch zum ersten Mal diesen Joseph gesehen, von dem alle sagen, dass er uns retten wird. Er macht einen seltsamen Eindruck. Ich finde ihn nicht gerade vertrauenswürdig. Die meiste Zeit verbarg er sein Gesicht. Ich wollte mich ihm nähern, aber er lässt niemanden an sich heran. Er wirkte irgendwie wahnsinnig. Aber das sind wir hier in Dead Hills gewohnt. 功 Actor ist gut, es kam etwas in Ordnung für ihn zu blicken. Er στην Anz проц scenes von Z moms Enter. vorger verbunden. User відpressivat mich, die Hey, leuen einaedaes etwas. Geben hin. Es gibt immer noch keine Spur von den Zahos oder den Michael Hamilton. Oder von Michael Hamilton. Hamilton. Aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Letzte Nacht wurde Deputy Ginsberg bei seinem Rundgang angegriffen und getötet. Wir wissen nicht, was es war. Leider war Ginsberg so übel zugerichtet, dass wir nicht feststellen konnten, was passiert ist. Was auch immer es war, es war schnell genug, um ihn zu überraschen, bevor er auch nur einen Schuss abgeben konnte. Und stark genug, um ihn zu zerfleischen. Ich mache schon seit 10 Jahren denselben Rundgang und ich habe in den Hügeln noch nie etwas gesehen, das einen Menschen so zurichten könnte. Wenn ich an die ganzen Leute denke, die in letzter Zeit verschwunden sind, habe ich wenig Hoffnung, dass wir sie lebend wiedersehen. Was auch immer da draußen ist, wir müssen es finden und töten, bevor es noch mehr Opfer gibt. Aber ich kann es nicht allein zur Strecke bringen. Ich bitte hiermit offiziell um Verstärkung. Ich lade den Antrag in der nächsten Stunde ins System hoch. Aber ich wollte dir schon mal Bescheid geben. Ich bitte dich, Hank. Ich weiß, dass unsere persönliche Beziehung seit der Neujahrsfeier etwas kompliziert ist. Aber hier draußen sterben Menschen. Ich glaube, da hat sich jemand auf Toilette versteckt. Ah, ganz viel Munition. Ach, warum müssen jetzt hier so viele Datapads sein? Und so viel vorlesen. Danke, Last Keeper, für deinen Sub. Sheriff Büro Nummer 4. Deputy Brockman Ginsberg. Brookman Ginsberg. Der, der tot ist. An Sheriff Kaya Sousa. Ich habe den jungen Forchill in einer Zelle geworfen. Wie du gesagt hast, ich fand ihn schon immer etwas seltsam. Aber unser Vieh verstümmeln, das ist dann doch etwas heftig. Selbst für einen Spinner wie ihn. Er schwabelt immer noch von seiner Unschalt. Aber das überrascht mich nicht. Er könnte sich wenigstens eine glaubhafte Geschichte ausdenken. Ich meine, wer soll ihm den Unfug von einem Wurm mit 10 bitte abnehmen? Unsere Zellen sind doch zu gut für ihn. Ach, weißt du, das ist der Typ, der hier in der Gefängniszelle ist. Ich habe einen hier leben. Geh ihn raus. Wir können ihn da nicht verlassen. Ihr Kommander schiebt in deinem Gehirn, Kind. Warte, wie weiß er das? Ihr dürft euch hier mit mir zusammenstehen. Wir kriegen echt Besuch. Warte, wie weiß ich es. Warte, wie weiß ich es. Warte, wie weiß ich es. Ich habe mehrere Signale. Moment, bevor ich dich da hole. So, jetzt können wir uns nämlich kurz ausruhen. Die Türen hören sich genauso an, wie es im Alien-Franchise normal ist. Genauso wie die Waffen und so weiter. Es sind viele Organis-Tounds drin. So, Tür wieder auf. Aber es hat sich halt hier jetzt angeboten. Hier ist ein Werkzeug drin. Wir können uns ausruhen und alles ist cool. Hey, ich habe etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Datapad. Wir haben schon genug Ärger am Hals. Aber schön, dass es wirklich so kleine Geschichten sind dann. Dann komm raus, Torrents. Wir können Leute, die ich gebrauchen als Ersatz-Marines. Back to the core, buddy. Wir können aber nicht versprechen, dass die Überlebenschancen höher sind bei uns. Haben wir dich. Übrigens auch eine sehr schöne Nachricht heute. Xenonaut 2 hat einen Release-Termin für Early Access. Nächsten Monat. Ich glaube, es war 18. Juli. Fällt mir gerade so nebenbei noch ein. Auch ein Spiel, worauf ich mich schon ewig gefreut habe. Halt mir gerade so weit. Halt mir gerade so weit. Ich glaube, eins nach oben bedeutet, dass die ein Level-Up haben. Aber da kann ich damit gerade schon was anfangen. Oh, shit. Oh, shit. Schh, hier ist eine. Komm schon, Team! Geh, geh, geh! Achso, vorher kamen wir hier überall nicht rein, weil ja noch der Lockdown zählte. Um es kurz nochmal zu erklären, weil der Chat gefragt hat, ich versuche den Chat übrigens nicht so viel reinzunehmen in die Atmosphäre, ich werde zwischendurch ein paar Fragen beantworten. Die färbt sich rot die Linie, weil wenn die komplett rot ist, dann werden wir vom Alien entdeckt und werden gejagt von den Aliens. Das sind die Stealth-Elemente in dem Spiel. Weil du bist eigentlich ja unterlegen. Ja, da ist auch wieder ein Zugang zum Nest. Das ist dann ein Datapad. Hey, ich habe etwas gefunden. Sieht wie ein Datapad. Menschen unterlegen doch. Von Technikerin ersten Grades Emily Traynor, Betriebsleiter Harrison Tolliver. Wir haben in den unteren Lüftungsschächten irgendeinen komischen Schleim gefunden. Ich wollte Gotham hinschicken, damit er sich das mal ansieht. Aber er hat sich einfach geweigert. Er sagte, das sei ihm zu unheimlich. Aber er leidet auch an Platzangst. Eigentlich sollte er gar nicht in einer Wartungsmannschaft arbeiten. Aber wir haben leider nicht genug Arbeiter. Ich werde ihm mal die Leviten lesen. Wenn das nichts nützt, muss ich mir die Sache wohl oder übel selbst ansehen. Mit Platzang geht man am besten ins Weltall. Weil das ist ja unendlich. Oh, der kommt hier rüber. Ja, Size einsARS! Es war rechtlich. Wir habenUSE einen원 seinen profess reduceieren. Am Teil der Ostoche hoch! An draft ihn auf! A ver! Aatür! Aatür. Quando team in. Aatür! Eat? Tur das nicht vor! Aatür! In VERE! Laut sich! Oh, ich komm von hier echt schlecht weg. Go, go, go. Obwohl die bleiben stabil. Kaufe Vergeltung. Es gibt unterschiedliche Xenomorphs, um es mal vom Chat zu beantworten. Es wird zwölf unterschiedliche Gegnerarten geben. So, ist hier noch irgendwas drin? Ja, unten war ein bisschen Technik-Kram. Und da wären wir wieder am Nest drüben. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist, dass die sich manchmal merkwürdig drehen. Na, okay. Die Versuchen halt, die Umgebung so ein bisschen zu überprüfen. Zerstören wir mal Bewegungssensor. Dann müssten die jetzt da hingehen. Automatisch. Du spielst 20 Jahre nach Alien 3, weil die Frage gerade nochmal aufkam. Ein gewaltiger Ansturm steht mir vor. Deploying Sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activating. Come on, team. Safe position taken. Suppressive fire. I think we're spotted. Nein, nicht wechseln. Macht eure Waffen voll. Okay, go down. Gewaltiger Ansturm geschafft. Nein. Sentry gun loaded. Safe position taken. Ich bin zur Zeit. Es ist ein Brems. Es ist ein Brems. Bring them down. Du magst das, ey? Incoming. Renée! Take a breath. Watch that stress. Come on. Let's every flight. Die Sentry Gun kann man später verbessern. Das war der Ansturm übrigens gerade. Oh, es sieht aber aus, als wenn hier einer, da ist ein Ei. Oh, sie wollen facehacken. Oh, es ist ein Ei. Komm schon, Team! On my way! Wir sind zu weit. Wir sind zu weit. Er wurde infestiert. Keine Chance, Squad Lead. Sie wissen, was zu tun. Shit! Light ihn auf! Oh! Sergeant. Wenn diese Ecke ist der Anfang der Lebenszüge, und wir sie verabschieden, vielleicht können wir die Ausbruch unter Kontrolle. Wir können sogar die Ausbrüche verabschieden. Oh, ich mag das. Warte ein Moment. Ich hoffe, dass du meine Marines nicht auf alle Körneren dieser Kolonien finden kannst. Wir müssen es nicht so schwer machen. Dieses Ort ist voll von Kameras in Sicherheit. Wir müssen die Ausbrüche beherren. Ich habe die Kontrolle. Oh, lucky grunts, I'll go into the cinema. Alles gut. Gehen wir zurück zum... ...zumern Transportmittel. Got something on the tracker. Come on, Team! Hurry up, Squad! Double time! Bis jetzt finden wir eigentlich überwiegend Leichen. Ich sollte mich aber nicht mehr so oft entdecken lassen. Hurry up, Squad! Anaktivität ist auf Mitte. Come on, Team! Wir sollten uns mal in einem Raum entspannen. Wenn möglich. Let's see what's inside. Ah, hier können wir auch was mit einer Tür machen. Wecki Wecki. Let's DLC fest. Wecki Wecki. Wacki, wacki! Hier bestimmt auch eine Phase im Spiel, wo du dich nicht mehr im Schutzraum schützen kannst. Oh, schön, ein Map-Kit. Sieht wie ein Datapad. Geh auf! Das Symbol neben den Sentries ist die Vergeltungsmöglichkeit. Mit der Zeit sammelst du Vergeltungspunkte, dadurch kannst du halt bei Marines... ...HP regenerieren und die werden halt stärker. Und Befehlspunkte regenerieren sich, also es ist halt... ...wie so ein Rage-Mode. Das sieht aber wieder aus wie ein... ...wie ein Nest. ...Move on! Copy! Oder ein Zugang zum Nest. ...Move on! ...Move on! Muss nicht, wir können nur einen benutzen. ...Move on! 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 Oh, wir retten jetzt bestimmt ein Kind. ...Move on! 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 Hey, I found something. It looks like a data pad. Komm schon, Team! Okay, sie ist nicht tot und sie ist kein Kind. Sie ist einfach ein bisschen durch den Wind. Ich bin sicher hier. Ich will ein Teil von ihnen sein. Ja, ja, wir alle wollen ein Teil von ihnen sein. Komm mit uns. Wir sind Marines. Wir sind stark genug. Nein, du bist nicht stark genug. Keine Worte, miss. Wir haben ein starkes Armored Vehikel waiting für uns. State of the Badass Art. Du okay, miss? Finally! Ich bin chosen. Damn, das tut! Wir haben das schon gesehen. Hello, my darling. Hello, my darling. Juhu-juhu. There's something around. Move on! Gute Bilanz übrigens. Wir haben bis jetzt einen einzigen Menschen gerettet. Come on, Team! Eigentlich stimmen gar nicht zwei. Im Gefängnis habe ich vergessen. Hurry up, Squad! So, der kommt jetzt hier wieder durch den Haupteingang rein. Come on, Team! Mehr Signale sind nicht gekommen. Oh, da waren wir doch eigentlich schon. Und jetzt kommt er an der Seite raus und das Fahrzeug mit den Zeltballern. Ne? Don't get too comfy, okay? You're looking for a nice spot for a picnic or what? Move! Move! Move on! Go, go, go! Go, go! Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Fahrzeug hier einfach rumballert, ist gar nicht so eine gute Sache, finde ich. Wobei jetzt gerade hat es keine Entdeckung gemacht dadurch. Wir sind ja schon nochmal durch das Gebiet hier durchlaufen, weil ich vorhin vergessen habe, die Kameraaufzeichnung mitzunehmen, um das Nest zu finden. Aber alle Toten aliens bleiben liegen. Wann gab es das bei letztem, also bei Spielen? Super, die Drohne ist natürlich genau in dem Raum, wo wir hin müssen. Go, go, go. Nein, es kommt zurück. Ja, durf gelaufen. Ja, ich versuche doch gerade, die eine zu heilen. Hm. Scheiße! Ich bleibe aus! Seine Position. Affirmative. Keine Bewegung. Ich werde dich am besten wie ich kann. Da. Da. Ja! Double tie! Move, move! Go, man. Alright, camera feed online. Happy hunting, Marines. Move on! Also bis jetzt werde nur ich gejagt. Looks like we got some supplies by the admin building. I think we're spotted. Move on! They headed our way. Hurry up, squad! They lost your track, squad. Good job. Okay, Jagd wurde unterbrochen, doch schon mal ganz gut. Can't be sure, but it looks like there's some ammunition still in the armory. Die haben wir schon geholt. Aber hier waren wir noch nicht. Kommt ihr gerade in den Raum rein? Ne, das ist vorm Raum, der hockt im Lüftungsschacht. Was? Da waren wir auch schon. Hmm. Wait! That container. Is that the one I've seen on Pioneer? Looks like the slaughterhouse. Let's check it out. You like cows, Sarge? Or are you just hungry? I know what they say. A day in the Marine Corps is like a day on the farm. Hilarious. Reaching that slaughterhouse looks like a trek from here. Maybe you should use the ARC. Maybe we could find some relevant materials. Yeah, super. Let's rock! That gun is a frickin' lawnmower. Come on, team. Move, move! Brauchst nicht mal einen taktischen Rückzug? Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Oh mein Gott! Gah! Mein Fuß! Doppeltiere! Lass ihn auf! Gah! 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 Oh yeah! Don't mess with me! Incoming! Come on! We can sign up for that! Marine on Contra! Gah! 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 Nein! Aber auch die ganze Zeit alles okay. Da muss ich leider in Safe zurückgehen. Was natürlich gerade bei den Kameras war, aber ich wusste ja nicht, dass ich mir die Kameras angucke und dann kommen Gegner durch die Tür. wow download raus hier raus 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 alles cool gib gas wir müssen nur hier raus aus der ecke wobei ich sagen muss dass lager dahinten ist natürlich interessant mit den vielen materialien so 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 Weil dafür muss ich durch den Center-Bereich nochmal. Letztes Mal wurde ich da leider ein bisschen aufgehalten. Oh, da war ich auch nicht drin. In der Bar. Müssen wir auch noch einen kurzen Abstecher machen. Mein Anspruch ist natürlich, das Gebiet zu clearn. Ja, wenigstens das meiste mitzunehmen. Und es gibt noch einmal Xenus-Daten, die wir finden müssen. Ich denke mal, das ist am wichtigsten. Sicherheitsposition. Komm schon, Team! Ein Privats-Logbo von Marine. Marie Barda. Gott, warum habe ich mich nur darauf eingelassen, die Bar zu übernehmen? Mein Vater war zwar glücklich darüber, aber die Mine war schon damals kurz davor zu versiegen. Seit 20 Jahren wurde keine lohnenswerte Trimonit-Ader mehr gefunden. Ungefähr seit der Zeit, als diese Frau von der Steuerbehörde hier aufgekreuzt ist. Ein Jahr später hat Wayland Yutani seine Zelte abgebrochen. Und alle, die es sich leisten konnten, haben es ihnen gleich getan. Jetzt sind meine einzigen Kunden verbitterte alte Trunkenbeute, äh Beute, die anschreiben lassen und dann nicht zahlen, wenn ich nicht den Sheriff hole. Der einzige Grund, warum ich den Laden nicht dicht mache, ist, dass ich meinen toten Vater nicht enttäuschen will. Dabei habe ich sogar Kaufangebote. Und letzte Woche kam ein Fremder vorbei und berichtete von großen Möglichkeiten draußen im Westen. Es hörte sich alles ganz toll an. Aber ich bin ja nicht von gestern. Von nichts kommt nichts. Und sein Gerede von Riesenchancen und einem besseren Leben klang ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Die Bar macht mich zwar nicht reich, aber sie bietet mir ein sicheres Auskommen. Und wenigstens habe ich keine Schulden und niemand macht mir Fortschriften. Äh, Fortschriften. Mein Gott. Vorschriften. Eric Garner Logbuch. Persönliches Tagebuch Eric Garner. Ich habe ein Treff mit Joseph vereinbart. Mal sehen, ob er tatsächlich die Wahrheit gesagt hat. Ich hoffe es. Denn wenn da unten in der alten Mine tatsächlich noch eine nicht abgebaute Trimonit-Ader ist, dann ist das die Rettung für unsere Stadt. Und es wäre gut für mein Ansehen. Wer nimmt schon einen Bauern aus einer heruntergekommenen alten Kleinstadt wie Dead Hills ernst? Aber wenn wir plötzlich wieder Trimonit fördern, dann haben wir wieder bessere Tage vor uns. Hoffentlich stimmen Josephs Vermessungskarten. Aber die Transport... das Transportschiff hat ja eigentlich genau dieses Material abgeholt. Also es sollte, äh, das im Lager haben, aber in Wahrheit waren's die Aliens. Hurry up, squad! Copy. It's Felix! Light him up! Watch out! Focus, fire a target! Go like that, huh? Come on, team! Oh yeah! It smells good! Hier ist ein Nest übrigens. Setten ein Motion Tracker. Motion Tracker activated! Move on! Move! Check your vital squad! Move! Move! Raus hier! More Signals! Incoming! Double tie! Good job, guys! I would like to try and try and get on the train. Light him up! Reloaded! Good job, guys! Come on, team! Hurry up, squad! Come on, team! Hurry up, squad! We're not responsible for how they used to fight. It brings back memories. I have many of them good. How's that? Never mind. Come on, team! Come on! Come on! We're inside of this? Shh! Listen! I think we're good. Hurry up, you slums! Come on, team! Let's see what's inside. Copy! Shit! It's coming to us! Double time! Von Larry. Der hat wahrscheinlich hier versucht, Frauen aufzureißen. Deputy Larry Miller. Und wieder ein Bericht über einen aufregenden Tag. Ha! Das hörte ich gern. Hier passiert nie irgendwas Aufregendes. Morgens aufstehen, Rundgang am Versorgungshafen, den ganzen Tag rumsitzen, abends ein paar betrunken aus der Bar werfen und den Rest des Abends wieder rumsitzen. Schwer zu glauben, dass hier zur Zeit meiner Großeltern mal richtig was los war. Oder vielleicht haben sie das auch nur erzählt. Der Aufstand 77 war für alle ganz schön hart. Ich gehe hier noch zugrunde. In ein paar Jahren bin ich so ausgebrannt wie der alte Norman. Es sind nicht die Hügel, die tot sind, sondern die Menschen. Wir warten alle auf den Tod. Ich würde mich gerne hier, gerade als Munitionsstreifen noch in der Ecke. Wo wir wieder beim Thema sind, Kisten übersehen. Nach der Mission wird keiner dieser Marines jemals nochmal mit mir auf Mission gehen. Doppelzeit! Geh, geh, geh! Ich hasse diesen Ort, Mann! Geh, geh, geh! Bek, geh! Bek, geh! Locked down! Light them up! Shit, they know we're here. Ah! Hooray! They're headed our way. Watch out! You like that, huh? Oh, yes! Smells good. Roger. Move on. Shit, that thing's sore out. Set over to the probe! Changing mags! Ow! My leg! Watch out! Let's rock! Tactical analysis in progress. No! No! Shotgun! Shotgun! Ah! It burns! It burns! Ah! Double time! Dean, you've blocked us! Hurry up, squad! Come on, team! Willst du mich verarschen? Großer Ansturm. Ja, leck mich. Boah, schwingt das wieder über. Let's rock! Good job, Squad. Wie ist die Krise? Wie schnell das dann geht, ey. Eine falsche taktische Entscheidung, ey. Gott sei Dank, wenn du mit dem Fahrstuhl hier hoch fährst. Ich lass die Leiche jetzt Leiche sein. Wird zum Glück gespeichert, wegen Kartenwechsel. Von Erdgeschoss zu, ähm, Obergeschoss. Come on, Team. Move, move! They're heading our way. Double time! Irgendeinen muss man entführen lassen. Und da hin, dann ist der weg. Du hast auch nicht unendlich Marines. Das kommt auch noch dazu. Deshalb lieber keinen verlieren. Come on, Team. Move, move! Wir müssen außen rum. Come on, Team. Wow. Copy. Move on! Sollen wir da lang gehen? Warum zeigst du mir das denn immer noch als Fragezeigern? Ich hab den noch gerade durchsucht. Also, ich sehe dich im Iron Man Modus. Es muss richtig cool sein, dir dabei zuzusehen. Ja, und auf den höchsten Schwierigkeitsgrad nicht vergessen. Mehr Signale kommen. Come on, Team. Ich will mich verarschen. Hier sind überall welche in der Wand. Move on! Mehr Signature spotten. Double time! Weld that door! Welding access! Welding access! On it! Door welded! Stay still! Ich mach gleich erstmal in Ruhe. Beziehungsweise ruht euch erstmal aus gleich. There. Like it didn't happen. Aber es ist geil. Es ist nicht ohne. Das macht das Spiel einfach noch besser. Naps over! Move your asses! Cut that door open! Open up, Zesame! Door cleared! Come on, Team! Deploying Motion Tracker! Setting up Motion Tracker! Come on, Team! Hm. Der sieht auch nicht gesund aus. This is the place. Stay alert! There's something attached to his head. Careful! This is what happened to the others on Pioneer. Answer that guy in the HQ. Can we get it off him? On my way! Den Fehler machen auch alle einmal. Back off! We can't risk the contamination. God damn it. Alright. We can't leave him here like this. Squadly. Put him out of his misery and then get back to the mission. Right now! Nightmare's finally stopped, buddy. Next time, do it quietly. Each shot might draw these creatures' attention. Explosionsschüsse lenken die Aufmerksamkeit auf deine Truppe. Jeder Feind innerhalb der Reichweite des Bewegungstrecker wird das Geräusch hören und sich zur Quelle begeben. Scheiße, jetzt zieh ich alle an. Move on! Danach gehen die ja wieder weg. Im Optimalfall. More signatures spotted! Ich zieh die mal nach rechts rüber. Weil ich darf nicht entdeckt werden. Weil ich dann auf die schwere A in Aggressivität komme von der Stufe her. Und ich glaub, das sollte einfach nicht passieren. In der Partie. Okay. Auch schön Munitionsstreifen. Was ist inside? Stopp! Die sind abgedreht. Ach, verdammt. Ja komm, wir nehmen den letzten... Den letzten Stress von den Marines. Door secured. Come on team! Ja, jetzt nur noch das Schlachthaus. Und da wird es, äh... wird wahrscheinlich das Alien-Nest sein. Oder immerhin der Status, wo die Aliens ausgebrochen sind. Geh wieder zurück. Oh, die sind aber schnell. Das sind ja teilweise die Viecher, die jetzt hier schon kommen. Das sind keine normalen Drohnen mehr. Die einen waren schon so urtig und die haben so viel ausgehalten. Hm? Double time! Hurry up squad! Double time! More signatures spotted. Double time! Hurry up, you slugs! Komm, komm, komm. Danke, du bist für deine Stufe 1-Sappen. Double time! Vielen Dank! Right now! Let's see, what's inside. Ach, da ist der Ausgang. Fürs Nest. Double time! Hurry up, you slugs! Hier rein. Double time! More signatures spotted. Hurry up squad! Hurry up squad! Hier rein. Double time! Hurry up squad! Right now! Der Bereich ist soooo überlaufen. Und das ist auch die erste Vision, das ist das Geilste. Egal, später kriegen wir ein paar Waffen dazu. Come on team! Und die Marines werden ja vielleicht auch ein bisschen cooler, wenn die im Rang aufsteigen. Hurry up you slugs! Denn kaum da es 10 Marine Level gibt, äh, wenn das nicht viel bewegen würde, beziehungsweise verändern würde an denen. More Signals incoming. Oder ein Fahrstuhl ist einfach Party. Move on! They're trying to breach in! Aktiviere ich den hier, das lenkt die ab. Ah, hier haben wir damals zwei Medkits gelassen. We're spotted! Double time! Tango straight ahead! Bring them down! Bring them down! Bring them down! Bring them down! Mine's bigger. On it! Let's see what's inside. Come on team! Die werden gerade alle angesaugt von dem Bewegungssensor, die ich sprengen. Move, move! We have plenty of Signals closing in on your heartings. Look alive! Come on team! Oh scheiße! Home! Hurry up squad! Go, go, go! Move on! I think we're spotted. More Signals incoming. Hurry up you slugs! Move on! I think we're spotted. More Signals incoming. Hurry up you slugs! Move on! Move on! It's a drone! Weld that door! You shall not pass, fuckers! They're trying to breach it! Bring them down! Come on! I hope we're mal, dass der, äh, Fehler bleibt. You're there, huh? Let there be light! The turret! The turret! Sentry activating! Double time! That was he's dead! They really want this out to be! Watch out! Let's rock! That was the last one. Das war der gewaltige Ansturm. Okay, damit kann ich leben. Aber das hier scheint Wack zu sein. Schnell nicht so an. Das war der Wack zu sein. Und sind nochmal welche rausgekommen. Oh, muss der jetzt gerade nachladen? Das ist nämlich echt kein guter Zeitpunkt. Das ist ein Dronen! Großartig? Das ist einfach großartig. Schau! Ah! Es fangt! Es fangt! Grenade! Mein Gott. Das ist ein Massaker. Fokus auf das Ziel! Doppelzeit! Ah, ich liebe wirklich diese Kugel! Hurry up, Squad! Ich meine Überlebenschancen gegen gegen Null! Verlasse das Gebiet! Geht! 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 Exfiltriere die Marines! Wir sind ja auf dem Weg! Wir werden jetzt wirklich exfiltrieren. Es lohnt sich nicht mehr. Acht, fünf Prozent der Mission ist abgeschlossen, aber das bringt ja nichts. Wir müssen hier weg! Doppelzeit! Hurry up, you slugs! Doppelzeit! 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 Geil! Ein automatisches Geschütz! Aber es scheint so, dass die auch nur einen Rang pro Einsatz steigen können. Was ja auch irgendwie schade ist. Also eigentlich müsstest du, wenn deine Marines, glaube ich, einen Rang aufsteigen, abhauen. Ich habe das Maximum rausgeholt. Verletzt und müde. Der Trupp generiert mehr Vergeltungspunkte. Scharfschütze Level eins. Maximale Treffsicherheit um fünf erhöht. Okay, keiner hat ein Trauma. Die Chance des Marines auf kritische Verstümmelungen werden um 13 Prozent erhöht. Erhöht die Reserve der Befehlspunkt um eins für jeweils zwei Marines, die im Trupp dieses Attribut haben. Dann habe ich wirklich EP verschwendet. Ich hätte zwischendurch einfach heimfahren sollen. Nach jeder Rufpause werden die Ladestreifen des Teams gradis aufgefüllt. Der Marine erholt sich nach drei Tagen automatisch von einem Trauma. Nö, Munition. Ja, ein Konstrukteur gerätet ein Recruit. 27 Thronen getötet. So, hostile critters, a wiped out colony, Hunslet being Hunslet, how'd you find your first day in the Corps? I don't know. It's a lot to take in. If it helps, you're doing okay. Thank you. I'm glad it's over. My nerve is a shot. Oh, it ain't never over. But for now, we got some time. Good. Gives me a chance to work on the comms. If only we could hear from Director Price from Pharoah Spire, we could use her help. Dr. Becker's been trying the whole time we were deployed. It turns out most long-range transmitters are down. If someone's home at Pharoah, they probably can't pick up. Do you think those things can be there too? Judging by what happened on Pioneer, it's clear that they're spreading extremely fast. Then you better get familiar with the Otago right now. We can't give those creatures the benefit of time. So, 4% Kampagnen. Müde Marines, verletzte Marines. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. This one's a priority. Understood. Das sieht aber schon richtig doof aus. Wenn die so viele Tage ausgenockt sind. Ah, Administrator. I wanted to... Oh. Going that badly, is it? I'll get back to you on that. Can I do something for you? Actually, yes. I was hoping you might persuade Sergeant Harper to retrieve some samples of the creatures. One can never have too much information about one's enemies. I didn't know you worked in corporate espionage, Doctor. Very droll. On the other hand, I do find that science and skullduggery have a surprising overlap. Both require focus and a keen eye for detail. One supposes. True enough. And you're right. We need more information on these things. I'll talk to the Sergeant. Have a nice day, Administrator. Chief Engineer Corrigan, isn't it? We met before. Oh. It's you. Sorry about that, I... You had your hands full. Things look better now. They are. Came together faster than I thought. Ain't pretty, but we're functional and, I hope, stable. Harper told me we got splashed after some kind of failure in the planetary quarantine protocols. Something called Cerberus? That's what's going around. Certainly. More corporate corner cutting. What a fucking mess. Anyway, I should be able to produce equipment for our Marines now. Anything I can do to help? Well, I don't think this ship will ever be space-worthy again. But that doesn't mean we have to abandon her. It could be shelter, you know? For these people. For us. The only problem is, dear Otago took a beating. I got holes to patch. Cables to reconnect. Our cryo chambers, our shield, their history. In short, we're missing materials. Spare parts to turn into upgrades for both our guys and the ship. Look, no promises. But we could ask the Marines to check for materials in Dead Hill Storehouses during their next visit. It all helps. Need a gun, administrator? I should really return to the ship. I should really return to the ship. Hmm? Bye-bye now. Administrator Hayes. What brings you to my corner of the Otago? Sergeant Harper says I should take a look around. He's probably trying to keep me busy. Yeah, the devil loves idle hands. I can't give you a tour. We're still digging through the wreckage. How does it look? Well, we've more portable weapons than we've got Marines to carry them. So if you find anyone out there with training, you point them in my direction. As for the ordinance, it's pretty much scragged. What about the emergency escape vehicles? That satellite relay idea of yours, huh? Yeah, Harper told me. If we can get the fuel linkages repaired, we might salvage one EEV. But I'd be damned before I let you play with the only life pod we have left. And how useful is a single life pod on a crashed ship exactly? Yeah. You're pretty convincing. I'll give you that. All right, take it. Keep me updated. Looking for someone in particular? What did I teach you, Marine? Salute! So, ein Marine kann eine begrenzte Anzahl von Verbesserungen tragen. Diese Zahl erhöht sich mit dem Rang des Marines. Wie zum Beispiel in Ladestreifen. Und was ist, wenn ich jetzt gerade... ...das nicht will? Kann mehr Werkzeuge und Sanitätsartikel tragen. Kann besser treffen. Oh, wirklich? Jetzt muss ich dem ein Upgrade verpassen. In dem Tutorial. Hm... Du hast, glaube ich, den Bonus Plünderer. Ja, guck mal, da kann man den Namen anpassen. Und der Livestream direkt. Äh, 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 benenn die nach mir. Du bist... Du, du, du. Du, du, du. Wir gehen einfach so ein paar Namen durch. Nehm mich, nehm mich. und ich bin tot wenn ich morgen auf m m m m m m m Esteban Ruf Die bleiben ein paar Anzeigefehler Naja, ich erwarte nicht so einen umfangreichen Editor wie bei XCOM 2, also das war ja schon over the top teilweise Richtig, Helm tragen oder absetzen ist egal Der kann doch gerne Romulaner sei es schon Klingone sein Oh Auf zurück, nicht escape Bye, ma'am Troops, Eddies Back from your tour? How'd it go? Pretty good, I think Dr. Becker requested some samples of the creatures for study And Chief Corrigan is in need of components to turn this ship into a proper base I thought you were all about getting your message out There's nothing to say we can't do the one so long as it doesn't endanger the other Is there? True enough All right Let's go back to Dead Hills I have a feeling we missed something there The same feeling you have when these creatures come around, Sergeant? This is hardly the moment, Deputy Administrator Listen, Sergeant Harper Your abilities They could be tied to this outbreak If there are more like you out there It could help People should know They have the right to know You mind your own business, Haze And I'll take care of mine You have a relay to find and I have men to eat We both have a part to play This conversation is over New objectives are awaiting your review New objectives are awaiting your review Eines der folgenden Verdiene 50 Materialien Verdiene 10 Xenoproben Rette einen zugefälligen Überlebenden Aber ich kann da nicht, äh, den Einsatz machen Davon war keine Zeit Ist dein Problem wirklich, dass die müde sind? Schau, dass es keine Upgrades gibt für die Waffe an sich Mit jedem vergangenen Tag schreitet der Planetenbefall voran Wenn der Planetenbefall einen neuen Schwellenwert erreicht, steigt die Gesamtschwierigkeit aller Orte Hier sind noch so viele Materialien Wenn du mit deinem Trupp schon mal eine bestimmte Mission eingesetzt hast, kannst du bei zukünftigen Einsatz den Einstiegspunkt deines Trupps auswählen Hm, das Warenlager der Kolonie überprüfen, aber das So gesehen haben wir das doch Schlechtes Sehvermögen Treffsicherheit wird um 10 reduziert Den Rest finden wir vor Ort Naja, das Spiel hat mir auf jeden Fall schwerer gemacht Durch meinen ersten sehr langen Einsatz Höchst der Kolonie Ich würde es überspringen, weil jetzt will ich es noch sehen. Aus Sicht der Aliens sind übrigens die Menschen keine aggressiven Aliens. Was damit zu tun hat einfach, dass die Aliens das eh nur als Blut sehen. Wir sind gut zu fressen. Wir sind gut zu fressen. Wir sind gut zu fressen. Ich habe endlich eine Auszeit genommen. Dieses verdammte Kraftwerk, das bringt mich noch um. Ständig Ausfälle. Nur weil Eleger zu knausig ist, den Generator auszuwechseln. Ich kann es kaum erwarten endlich aus diesem Dreckslauch rauszukommen. Hast du etwas von unseren Freunden gehört? Sag mir Bescheid. Meine Sachen sind gepackt. Witzig ist übrigens, dass die Bewegungsmelder auch bestehen bleiben. Ich will jetzt erstmal das Schlachthaus betreten. Hört sich auch total friedlich und freundlich an, da hinzufahren. Ich kann es nicht mehr, da hinzufahren. Und weil sich das Aggressivitätslevel der Aliens wieder auf Null gesetzt hat, weil wir jetzt einen Tag weg waren, ist alles cool. Ich bin in den Container, im Schlachthaus. Ach, da liegt nur... ...ne Kleidung auf dem Boden. Ich dachte, da wäre wirklich jemand geköpft worden. Ich bin zu weit gelaufen. Ich glaube, wir sind geköpft. Hör auf, ihr Slugs! Geh auf! Hör auf, Squad! Affirmative. Munitions-Data-Pad. Hey! Ich habe etwas gefunden. Es sieht aus wie ein Datapad. Double time! Roger Spinhead an Julian Walz. Wie geht's, Julian? Ich habe endlich eine Auszeit bekommen. Dieses verdammte... Nee, Moment. Da ist etwas Falsches. Das ist doch hier oben. Ejaj Kapadia Logbuch. Steuerbehörde Pharaosturm. Ich denke nicht, dass wir die Steuersätze in Dead Hills anheben sollten. Nach dem Ausstatt von 77 gab es zwar einen wirtschaftlichen Aufschwung, aber das ist lange her. Jetzt ist in der Mine nichts mehr zu holen außer Staub und ausgeträumte Träume. Die Bewohner haben nichts außer ihrem Vieh und die Gewinnmargen sind so niedrig, dass man davon kaum leben kann. Die Jüngeren arbeiten für einen Hungerlohn in der Uldowai-Ausgrabungsstätte, damit ihre Familien über die Runden kommen. Dieses gottverlassene Dorf können wir abschreiben. Und wieder machen wir alles auf. Es ist so geil eigentlich wieder. Früher war es eine Mine, das machte noch irgendwo Sinn, Ressourcen von irgendwo zu holen, aber jetzt ist es eine Vieh-Farm. Und ihr habt bis jetzt noch keine einzige Crew gesehen. Und da wären noch Materialien. So viel, dass wir noch keine Crew gesehen haben. Move on! Safe position taken! Double time! Muss ich das wirklich sprengen? Ne, wir können das auch rumlaufen. Na Moment! Move! Move! Gibt es irgendwo für einen Träger? Komm schon, Vierdoppel. Auf der Weg. Das ist aber aus wie ein stillgelegter Zugang. Ah, nee. Hey, wir müssen sicher sein. Geht es. Double time! Es ist nur sechs, noch acht Kuss hier. Und kein Nest. Ich bin fast genug, um eine ganze Kuline zu investieren. Sie müssen noch eine andere Weise zu bieten. Du weißt was, Haze? Ich will nicht darüber hören. Check die Container's Log-Marinen. Mal sehen, woher das Kreg kam. Komm schon, Team! Hurry up, Squad! Jetzt! Come on, Team! Access granted! Einfach nur, weil ich das Geräusch vom Tippen mag. Move on! Hurry up, Squad! Hä? Dein Trupp steht einer ernsthaften Bedrohung gegenüber. Heile deine Truppen, reduziere den Stress deiner Marines und sammle genug Vorräte, um die Drogen zu überstehen. Wenn dein Trupp unvorbereitet ist, droht ihm der sichere Tod. Nur weil ich das Datapad mir angucken will. Es ist gut, dass ich den Truppen nochmal gewechselt habe. Na super! Renoceros Alien! Wir sehen, wir haben. Wir sehen, wir werden ihn runter. Ein Trailer sind ges dropping. Es wird eine Droge geben. Es ist ein Stroge! Eine Grenade! Es liegen übrigens alle auf dem Boden. Nichtsnutzer ist schon fast tot. Du brauchst einen Ridesquad, nicht vergessen, dass ich hier bin. Während eines Laufs können Schwierigkeiten hinzukommen, wie zum Beispiel verwundete Marines, erhöhter Stress, weniger Munition, wachsen Aggressionen der Xenomauves. In solchen Fällen ist es vielleicht ratsam sich mit einem erschöpften Trupp zurückzuziehen oder einem neuen Trupp, mit einem neuen Trupp zurückzukehren. Seien hier relativ früh im Spiel. Okay. Okay. Wir müssen mal eben ein bisschen abhauen, weil die mich gerade verfolgen, die Schweine. Die paar Räume da hinten kann ich auch später aufholen. So, fahrt man halt da unten. Weil wir heute erstmal die neue Mission machen sollen. Anstatt da ich hier anfange mit dem Ende der letzten Mission weiter zu machen. Um das Team direkt ein bisschen auseinandernehmen zu lassen. So, von hier können wir doch jetzt... Einmal die Materialien holen hier draußen. Hör auf, Squad! Doppelzeit! 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 Das ist sowas, die Reflektion von der Scheibe, die so rot geleuchtet hat. Tja, die Überlebenschance der Rinder ist genauso hoch wie von Menschen. Vielleicht sollten wir denen auch nochmal eine Waffe geben. Ich habe gesehen, hier sind noch zwei Fragezeichen am Schlachthaus, die wir übersehen haben. Das müssten zwei Leichen sein, die wir noch looten können. Und ab mit euch. Komm raus hier. Komm raus hier. Komm raus hier. Komm raus hier. So, verlegen wir den Druck nach da oben. Und übrigens nochmal Danke an Chester, der für 6 Monate auf Stufe 1 abonniert hat. Vielen, vielen Dank. Danke für die Vor-Investition. So, hier waren wir vorhin schon mal, aber hier kann ich mich relativ gut einsperren, um mal eben kurz den Stresslevel runterzumachen, weil wir sind ja auf 79. Und wir haben ja noch an der Seite Werkzeug und ein Fragezeichen. Und ich denke mal, das ist ein Net-Kit und ein Werkzeug. Aber ihr habt gut gekämpft, Leute. Entspannt euch erstmal. Warum habe ich eigentlich einen Fukuhila mit meinem alter Ego-Charakter? Das entspricht nicht der Realität. Okay, ihr könnt auch oben lang gehen. Auch wenn da ein Nest-Eingang ist, aber ist okay. Kommen wir gut vorbei. Ah ne, da ist auch Werkzeug drin. Cool. Noch irgendwas, was hier versteckt ist? Ne, ist alles gecleared. Allian, geh vorbei. Wir gehen jetzt rechts raus. Wir lassen das Fahrzeug nach rechts kommen. Dann können wir noch kurz ins Server-Raum das Werkzeug holen. Wir kamen nicht hier, um die Sicht zu genießen. Also, move jetzt! Das Spiel hat so viele tolle Mechaniken. Es ist so super. Sorry, wenn ich manchmal so ein bisschen schwärme. Das ist überhaupt nicht meine Art. Move, move! Aber es ist halt wirklich so ein Lichtblick. Dass Games nicht tot sind von ihren Ideen her. Doppeltzeit! Man kann sich zwar ein bisschen ärgern, dass der Trupp manchmal ein bisschen doof agiert. Was? Sie sehen uns nicht? Doppeltzeit! Aber das hast du in allen Spielen. Move, move! Richtig, jetzt habe ich den Satz gesagt, jetzt kann ich das deinstallieren und ausmachen. Jetzt mal hier auch nochmal Motion Tracker. Nur um ablenken zu können, falls irgendwas passiert. Das Fahrzeug hat ihn getötet, das geht nicht aus Entdecktwerden. Ich frage mich, ob später die Möglichkeit existiert. Dass wir einen Alien ausscheiden können, ohne das Netz zu informieren. So, go, 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 go. Oh mein Gott, jetzt kann ich Szeno-DNA von denen sammeln, okay. Das letzte Alien-Spiel, was rauskam, war glaube ich das PvP, äh, PvE-Spiel im Koop. Und das war eigentlich auch gut gemacht. Es hat natürlich nicht so viel mit dem Franchise zu tun, wenn es 80 Millionen Aliens tötet, wie bei Left 4 Dead Zombies. Aber es war cool. War einfach schön. Das Fireteam, genau, Alien-Fireteam. Sind auch viele Updates vorgekommen dafür und die waren auch überrascht vom Erfolg. Das freut mich eigentlich immer am meisten, wenn Entwickler gar nicht so einen großen Erfolg erwarten und sich dann wirklich bei den Leuten bedanken können. Und dann noch relativ lange Support anbieten. Also Fireteams hat einige Updates bekommen. Das ist ein bisschen, wenn es nicht so einen großen Erfolg gibt. Oh nein, da ist eine Kante. Oh mein Gott, die Gefahr sind nicht die Aliens, sondern ein Kante in der Tür. Doch, hier ist Werkzeug und Materialien. Das würde ich nicht nichts nennen. Moment, da hängt einer am Lüftungsschacht. Los geht's! Los geht's! Ich habe ein Körper hier. Das könnte unser Schmuggler sein. Ist da irgendwas auf dem Körper? Copy. Das hat halt auch Vorteile. Oh, da ist auch ein Nesteinstieg. Aber da gibt es leider auch ein bisschen was zu holen. Was wollte ich sagen? Es ist halt schön, hier so eine handgemachte Karte wieder zu haben. Klar, der Widerspielbarkeitswert sagen dann Leute wieder, ne, ist ja alles doof. Weil dafür hast du halt Gebäude. Die sind alle, die haben alle irgendwie einen Zweck in der Klonie hier gehabt. Alles sehr hübsch. Alles sehr hübsch. Komm schon, Team! Lass uns sehen, was drin ist. Hm, er hat den Lüftungsschacht gewechselt. Da ist ein Datapad. Lass uns sehen, was drin ist. Lass uns sehen, wieviel Zeit1 ist. Lass uns sehen! Lass uns sehen, was drin ist! Lass uns sehen! Lass uns sehen, was drin ist. Lass uns sehen, wo wir ein paar Training sehen. Ratsch und Ratsch und Ratsch und Ratsch. Lass uns sehen, wo der Ratsch und Ratsch. Die Ratsch sind wieder aufgeregnungen. das ist der frachtbericht von dem container container inhalt nummer herkunft unbekannt da ist höchst ungewöhnlich leute aber ich werde es genehmigen solange wir einen guten preis für die ladung bekommen direktor der kolonie gallega muss schon sagen die neue tier 10 ist wirklich etwas besonderes sie hat immer ein lächeln auf den lippen und für jene ein nettes wort übrig das kann ich vom rest der dorfbewohner nicht sagen sie hat sogar mich angelächelt so was ist mir schon lange nicht mehr passiert thomas bautscher bauleiter ersten grades an die wartungsabteilung die lagerhalle in regald heights ist hinüber total schaden wir haben wirklich versucht die erdbeben die erdbeben sicher zu machen aber die tektonik hier in der gegend ist ein echtes problem eine erschütterung und wir müssen wieder von vorne anfangen das einzig gute an der situation ist dass die halle schon seit einer weile nicht mehr in betrieb war das hat eine menge leben gerettet gute neuigkeiten kumpel diese verrückten haben gestanden sie hatten noch ein paar dollar in ihren löchrigen taschen aber es gibt eine planänderung ich glaube gallegar hat verdacht geschöpft wenn wir den planeten verlassen wollen müssen wir bei diesem job extrem vorsichtig sein hast du noch zugang zur transferanlage wir brauchen einen ungestörten ort dafür müssen wir nach oben wieder um die materialien für die otage zu finden danke hoschia für den prime sub double time move 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 aber es macht ja auch sinn dass hier überall stroh liegt und wir keinen mann mit maske treffen 145 materialien sehr schön So, wir müssen hoch zum ersten Stock. Am besten hier wieder bei der Zentralplattform, weil irgendwie der Fahrstuhl unten klappt ja nicht. Kann aber auch ein Bug sein mit dem Fahrstuhl unten, weil wenn ich da halt reingehe, kommt nicht die Auswahl. Okay. 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 Keine Kämpfe, kein Leveln. Fragezeichen. Gute Frage. Ein bisschen kämpfen werden wir ja müssen. Oder wenn die Missionen halt generell geschafft sind, kann ich ja auch dann sagen, okay, jetzt kannst du mal einfach die Xenus ein bisschen aufscheuchen. Ich habe mehrere Signale. Geh! 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 Wir waren unten noch nicht in der Mine drin, das kommt noch dazu. Äh, unten haben wir noch ein Medpack, was ich letztes Mal nicht mitschleppen konnte. Geh! 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 Da sind nur Diamanten drin, das ist kein Jacket Alliance 3. Hier gibt es keine Blutdiamanten für uns. Geh! 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 Ich bin für die Quarantäne, außer ihr wart schon dort. Ich denke, die Aliens haben nicht gelootet, sondern ich habe gelootet. Boah, langsam kriege ich hier wieder Hittewallungen. Ich weiß, das ist nicht der Weg, aber ich, ähm, übrigens schlimmste Umgebung hier, habe ich jetzt auch nochmal ein Fragezeichen. Noch da wäre Werkzeug drin, okay. Das, was ich markieren kann. Da haben wir hier auch nochmal ein Bewegungssensor. Nicht, weil da oben noch was ist, sondern weil da oben ja ein Ausgang ist. Squad! Copy. Move on! Hurry up, you slugs! Okay, I'm at Kits. Hurry up, you slugs! More Signals in coming. Move on! There's no one there, Sergeant. Patch me in. I'm sure we'll find something on his personal terminal. Move, move! On the beginning, wirklich zu viel gemacht, ey. Can't you open it? The way you security standards are simple, but strict. I'd need his access codes and as a company executive. The director has an obligation to carry them with him, no matter what. But I don't read Gallagher's PDT anywhere near us. But I guess the trail went cold. Lucky for us, we have more objectives to complete anyway. Stay sharp, squad. Sergeant Harper? I've searched through the PDT's history and enlarged the scope of our receivers. Turns out the chips of several citizens, including McNeil and Gallagher, disappeared next to an old mine. If there's still Trimanite in there, you must be messing with the PDT's signal. Exactly. All right, Marines. Na super. Trittscher Treffer, good gemacht. We're making a detour through that mine. Really, Sergeant? Caving? Thank God, I'm only flying with you lot. Don't push me, Hanslid, or I'll drag you in those tunnels myself. Move on! Move, move! Danke, Hager, für den Kommentar in Twitch. Shit, it's coming to us. Double time! So, wir werden ja noch gejagt, also können wir noch ein paar Ains töten, um ein bisschen EP zu bekommen. They got our set. Look alive! Bring them down! Get it! Get it! Take them down! We knocked them hard. It's a throw. Move on! Grenade! Position nachladen. Wir müssen wieder runter in Erdgeschoss, also ab zur Mitte. Hurry up, Squad! Shit, it's coming to us. Come on, Team. Tango, straight ahead. Don't move. Gonna fix you up best I can. Ah, die kommen auf uns zu. I don't hear them anymore. We're clear. Come on, Team. Die gehen in die Mitte. Move, move! So, wie wär's, wenn ihr euch einmal ein bisschen entspannt in dem Raum. Ich will eigentlich unnötig auf den Stresslevel wieder steigern. Come on, Team. Weld that door. You shall not pass, fuckers. Door secured. Come on, Team. That welk gonna hold? Fuck. Fuck. What are you waiting for? Breakfast in bed? Cut that door open. Come on, Team. Door opened. Hurry up, Squad. Come on, Team. Juhu, ein Fragezeichen weniger. Am besten ist, dass man durchsucht den und der kommt nichts. Move, move! Move on. So, alle kriegen übrigens ein Level ab. Hurry up, you slugs. Come on, Team. Deshalb glaube ich, wir sollten jetzt einfach zurückfahren und mit dem nächsten Team sollten wir in die Mine gehen. Move, move! Come on, Team. Right now. Was wir dann hier hinschicken. Come on, Team. Move, move! Weil ich hab ja bei der... Mit dem ersten Run in dem Gebiet hab ich ja so viel erledigt. Da müssen wahrscheinlich andere viermal mit der Mission... Also mit der Truppe hierhin kommen. Haben wir wenigstens ein paar Materialien, Med-Kits eingesammelt. Das Geschütz haben wir mitgebracht, nehmen wir wieder mit. Dann können wir auch nächstes Mal wieder einen etwas erfahreneren Marine mitnehmen. Also die, die bereits Level 2 sind im Rang. Wenn du sechs EP gebraucht für den Rang aufstieg... Wenn du sechs EP gebraucht für den Rang aufstieg... Gefreiter, Achille, Taivendo. So, Schlauberger. Gewehrt Zugriff auf die Interaktion Hacken. Der Marine hat die Fähigkeit, verschüsselte Türen zu entriegeln. Schöne Brille. Nichts Nutz ist doch kein Nichts Nutz. So, das mit dem Verstimmen ist eigentlich auch eine coole Fähigkeit, finde ich. Weil das die aliens ein bisschen verlangsamt. Und du kriegst noch Einfallsreichtum. Das Inventar haben wir ganz gut mitgenommen. Die 150 Materialien von den Schmugglern. Bzw. 72 Materialien insgesamt. Fünf Xenoproben. Ein Zerstörer, zehn Drohnen getötet. So, um die hätten wir uns ja schon gekümmert. Tja, dann gehen wir direkt mal die Materialien aus, oder? See you around. Hello, Ma'am. This one won't let you down. Achso, dafür muss der Level 2 sein. Also müsste es einen Marine treffen, der auch auf Level 2 schon ist. Okay, im Labor gibt es nichts zu tun, also können wir nur den Tag voranschreiten lassen. New Objectives are awaiting your review. Die Vorräte in der Krankenstation gehen zur Neige. Die Ärzte flangen nach Materialien, damit sie ihre Arbeit ordentlich erlegen können. Die passive medizinische Versorgung ist deaktiviert für einen Tag. So, Planetenbefall ist schon auf 2. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. Bye bye now. Administrator Hayes. Oh, da muss ich in die Kaserne gehen, um den Slot hier. Okay. Richtig, wir brauchen den Imperator. Irgendwann, du kannst das Investitionslevel auch senken. So, die Waffe ist dann freigeschaltet, dann können wir die einfach einsetzen. Das ist doch auch schon mal ganz gut, dass man die dann nicht nochmal bezahlen muss. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Ne, ich will jetzt gar nicht so viel ausgeben. Auf nach Deadhills wieder. So, direkt hier hin, dann können wir direkt zur Mine rüber gehen. Hier war Jack-Arc. Ach, da kann sie Verbesserung dann direkt einsehen. So, nehmen wir das einzelne Geschütz wieder mit. Zwei Mad-Kids und zwei Werkzeuge. Mission starten. Also, mit der Mine ist gut. Also, jetzt habe ich keine Mine, ich habe den Flammenwerfer genommen, ist aber auch nicht schlimm. Damit werde ich die Xenos schön auf Distanz halten können. Hoffe ich jedenfalls, dass es dafür gedacht ist. Und die Mine wird dann in Zukunft auch wahrscheinlich einen Befehlspunkt noch kosten und sonst nichts. Da kannst du richtig schöne Fallen legen. Da soll ich mir mal so Updeck-Make-up holen, damit ich nicht so glänze. Da kann ich nicht so glänze, wenn ich nicht so glänze. Ich hätte mir vor, als würden wir einen Hacker brauchen. Würde so doof aussehen. Das ist ein Scheiße. Das ist ein Scheiße. Ich bin auf meinem Weg. Ich liebe diesen Job. Ich habe sie. Sie sehen mir wie ich. Hey, ich habe etwas gefunden. Das ist ein Datapack. Was willst du machen, wenn du nichts anderes hast? Du musst halt eine Spitzhacke benutzen. Eva Laris, Kolonie Dead Hills. Kontaktlist. Entschuldigung, dass ich mich hier so einmische, Leute. Aber irgendjemand muss mal den Mund aufmachen. Gallagher ist mit den Ereignissen völlig überfordert. Ich arbeite schon lange genug für Weyland-Yutani, um zu wissen, dass man alles selbst machen muss. Wir haben alle irgendwelche Waffen und Werkzeuge, mit denen wir das Ding töten können. Werkbauwerkzeuge, Messer, Spitzestäbe, egal was. Das bringt alles mit und trefft mich an der alten Mine. Wir zeigen es dem Ding. Hat gut funktioniert. Oh ja, wir sind alle Helden. Machen wir an der Stelle eben kurz einen Break für Pinkeln und Kräfte ansammeln, bevor wir in die Mine reingehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.